So, ein Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder, euer Jesse und ich bin euch noch ein Quartalsupdate von Diablo 4 schuldig. Das machen wir jetzt. Es ist zwar schon knapp eine Woche her, als in dem Quartalsupdate, was ja parallel zur Xbox-Messe stattgefunden hat, nochmal ein paar Sachen zusammengefasst wurden bezüglich des Totenbeschwörers. Der Totenbeschwörer, also Necro, wird die letzte noch fehlende Klasse für Diablo 4 zum Release. Es gibt dann zum Release keine weiteren Klassen, aber ich wurde so öfter angefragt, ja, was ist denn jetzt mit einem Hexen-Doktor oder was ist denn mit einem Paladin und, und, und. Die wird es zum Release von Diablo 4 einfach nicht geben. Ja, zum Release von Diablo 4 gibt es die fünf Klassen und das war's. Also wir hatten direkt zum Einstieg den Barbar, den Druiden und den Mage. Das waren die, welche man auch in der Demo 2009 testen konnte. Dann kam der Demon Hunter dazu, obwohl offiziell ist es kein Demon Hunter, sondern eigentlich ein Jäger oder Schurke. Das ist ein bisschen weird, auch von der Übersetzung her. Und als fünfte Klasse kommt jetzt noch der Totenbeschwörer und das ist das Setup, mit dem wir in Diablo 4 starten können. So, ich mache uns jetzt hier am Ende mal die Schleife weg und wir schauen uns gleich das Quartals-Update an. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, warum das auch ein bisschen später kommt, es ist folgendes parallel zu dem Announcement von Diablo 4. Also wir hatten darüber berichtet, Diablo 4 scheint ja im Jahr 2023. Man kann sich zur Beta anmelden. Hier, das gab es schon ein paar Stunden früher, das ist eben auf der Xbox-Messe, da gab es so einen Leak. Zusätzlich gab es dann noch eben die wichtigen Informationen zum Leveln, Paragon, Endgame, dass das Ganze gecappt ist und und und. Und deswegen kommt das Video ein bisschen versetzt, weil wir hatten so viele Diablo 4 Neuerungen, dass das hier einfach ein bisschen warten musste. Aber es gibt den ein oder anderen Totenbeschwörer-Liebhaber da draußen, deswegen schauen wir uns das jetzt gleich auch mal ein bisschen im Detail an. Was ich noch ganz gut gefunden habe, ist auch das Videomaterial, was zur Verfügung gestellt wurde, wo man einfach mal auch ein bisschen die Skills und so weiter gesehen hat. Also die Diablo 4 wird ja auf einer komplett neuen Technologie und so weiter aufbauen und da wird das Ganze natürlich dann auch spannend. Ja, was das angeht, Systemanforderungen und so weiter, es gibt noch keine offiziellen Angaben, da wurden schon komplett verrückte Sachen hin und her geschickt. Ich kann es euch nur sagen, was wir auf der BlizzCon 2019 hatten, das war mit einer 2080 Ti gespielt und ich glaube es war ein i7. Ich habe aber keine Ahnung mehr genau, wie die Demo-PCs von der Hardware her ausgerüstet wurden. Auf WQHD, also von dem her, da lief natürlich alles einwandfrei. Also ich denke mal, das wird sich schon dementsprechend ausgehen, das wird schon gut genug gemacht werden. Beim Quartal-Update, was vielleicht mir persönlich aufgefallen ist oder was für mich zum Totenbeschwörer dazugehört, weil am meisten habe ich die Negro mit irgendwelchen Bats gespielt. Na, tausende, nee, es ist übertrieben, hunderte Stunden Radmarans könnt ihr hinkommen in Diablo 3 über die letzten Jahre, weil die Radmarans nicht tot zu kriegen sind. Das ist eben eine spezielle Konstellation aus Totenbeschwörer-Support, damit das super schnell geht vom XP-Farmen her. Ich habe auch in Diablo 2 was Errected in der ersten Ladder ein bisschen einen Totenbeschwörer gespielt. Und es geht halt darum, du hast jede Menge Pats und die schickst du los und die kämpfen natürlich für dich. Jetzt gibt es aber einen gravierenden Unterschied und zwar trifft der in Diablo 3 zum Beispiel beim Hexer sehr stark zu, also beim VD, dass die Pats teilweise relativ dämlich sind und bevorzugt nicht das angreifen, was wir angreifen möchten. Also da werden wir jetzt mal ganz kurz rüber wechseln. Es hat auch WoW-Head, das war Eder-Tarit, die haben da auch kurz ein paar Gedanken zum Totenbeschwörer geschrieben. Und da sieht man hier das Ganze schön animiert. Es wird ja ein Buch der Toten geben, wo wir diverse Sachen einstellen können. Ja, wie akkurat das Ganze ist, sei mal dahingestellt. Aber ich bin mal ein riesiger Fan davon, wenn die Pats ein bisschen intelligenter werden, wenn man denen sagen kann, was sie angreifen. Ich denke da jetzt speziell an Elite-Bags, dass zuerst mal die tödliche Gefahr, also der Chef des Elite-Bags liquidiert wird, damit die Fähigkeiten weg sind und dann erst die Minions und, und, und. Und dass man die vielleicht ein bisschen auf einen defensiven oder aggressiven Modus stellt, wenn man jetzt nur durchläuft und die mitlaufen, dass sie nicht alles von der ganzen Open World pullen. Das könnte halt hier sehr, sehr spannend werden. Und deswegen finde ich eben das Buch der Toten, haben sie es genannt, finde ich auf jeden Fall hier sehr spannend mit den diversen Einstellungsmöglichkeiten. Das kommt einfach direkt beim Charakter und den Abilities mit dazu. Also das könnte gut werden. Schauen wir mal, wie es unterm Strich dann wird. Aber es hat auf jeden Fall das Potenzial für die Leute, die sehr gerne Totenbeschwörer spielen, hier das Ganze noch ein bisschen zu erweitern. Vor allem, weil es auch hieß, je stärker das Ganze wird, umso mehr Einstellungsmöglichkeiten und so bekommen wir. Also ich glaube jetzt nicht, dass das die tiefste Mechanik in Diablo 4 wird, das denke ich nicht. Aber wenn man ein bisschen was einstellen kann, dann ist das schon mehr als gut genug, denke ich mal, für alle, die zumindestens das gewohnt sind, Bad-Skillungen zu spielen, weil das eben spannend wird. Ansonsten von der Vorstellung der Skills her, also wie gesagt, einmal die Armee. Also meiner Meinung nach macht das 90% der Spielweise aus. Da könnte ich jetzt alleine stehen, aber wenn ich einen Totenbeschwörer spiele, dann möchte ich mit Toten spielen. Also das heißt, ob ich die jetzt reanimiere, beschwöre, whatever. Hauptsache ich habe eine riesige Armee, die mit mir mitläuft und alles platt macht und ich gebe hinten die Commands. Das ist meine persönliche Auffassung vom Totenbeschwörer. Aber es gibt natürlich noch diverse andere Bildmöglichkeiten. Einmal auf Blut und einmal auf Knochen basierend. Knochen, da kann man sich ein bisschen so vorstellen. Oh, Dunkelheit kam auch noch rein. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Diablo 3. Da gab es ja von mir so diesen Zahnarztbild und so weiter, wo du einfach so mit Knochenspeer als primäre Fähigkeit gespielt hast und die flogen halt rum und haben alles zerlegt. Das ist so ein bisschen ein physisches Bild, nennt sich das. Also wo es auf dich ankommt mit super wenig Minions, wo du schießt, ist auch gut. Also sie haben es ja oben eh beschrieben, bietet vier verschiedene Spielweisen. Also das geht jetzt nicht individuell auf einzelne Skillungen und Builds ein, sondern da geht es wirklich unter komplett unterschiedlichen Spielstilen. Einmal von Knochen kannst du hier nehmen, so eine Art Melee, direkter Kontakt. Dann einmal die Beschwörer-Variante. Dann einmal eben so mit Dunkelheit oder Blut, was so ein bisschen in Richtung auch geht, wie der Mage ist, auf eine gewisse Distanz mit Blutexplosion. Wie hieß das? Blutnova. Auch ein mega guter Spell. Ewig schade, dass der in Diablo 3 nicht weiter forciert wurde, weil der hätte, glaube ich, noch super, super viel Potenzial gehabt, um das Ganze hier ein bisschen weiter auszubauen. Ich kann euch den mal zeigen. Der ist auch ganz gut hier mit dem Bone-Skill eingefangen und dann hier reingeschossen. Also was man hier natürlich ganz gut sieht, da könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, gab auch in Diablo 3 die ein oder andere Skillung mit diesem Knochengeist. Und je weiter der entfernt ist, je weiter der zum Ziel braucht, umso mehr Schaden macht das. Und wenn er dann das Ziel erwischt, dann macht es 10 Billionen Schaden und der Gegner ist tot. Also es geben sich oder es ergeben sich hier auf jeden Fall ein paar sehr, sehr interessante Skillungen oder Skillungsmöglichkeiten. Ich bin schon auf die Beta gespannt und was man hier machen kann. Also ich glaube, den habe ich jetzt nicht gespielt. Also der Schurke und der Totenbeschwörer, die waren nicht zu spielen in der Demo-Version. Da müssen wir wirklich auf die Beta warten. Aber ich glaube, dass die Leute, die in dieser Klasse spielen möchten, die werden schon nicht enttäuscht werden. Das Problem, was du am Anfang immer ein bisschen hast, ist, woher du die ersten Minions kriegst. Also du wirst die ein oder andere Skillung brauchen, weil du musst ja irgendwie Minions kriegen und mal irgendwas totkriegen. Also das war auch so ein bisschen das Problem in Diablo 2 Resurrected. Du musst ja immer zuerst mal was töten, um dann was zu beschwören oder um dann die Leichen zu verwenden. Und das könnte hier halt spannend werden. Wird aber vielleicht auch mit dem Buch der Toten ein bisschen ausgehebelt, weil es eben hieß, es ist dann möglich, gleich von Anfang an was zu beschwören. Wie stark das Ganze dann wird, das wird sich dann aber natürlich noch weisen. So, meine Damen und Herren, das war das Quartalsupdate. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ich sage es euch schon jetzt, das nächste Quartalsupdate wird das Wichtigste überhaupt, das es jemals überhaupt von Blizzard gab. Ja, näher möchte ich darauf noch nicht eingehen, aber es wird auf jeden Fall mega, mega spannend. Muss man halt nochmal drei Monate warten. Ich denke jetzt in den nächsten drei Monaten wird nicht so viel passieren, was in Diablo 4 Richtung geht. Ich rechne erst mit einem Beta-Test im Herbst, weil ansonsten wird es ein bisschen knapp. Also der Beta-Test müsste spätestens im Herbst starten, weil die haben ja gesagt, sie wollen das in einem Jahr releasen, so ein Alpha-Beta-Test. Also normal kommt ein Alpha-Test, der von mir aus zwei Wochen läuft, dann gibt es wieder zwei, drei Monate Pause, dann gibt es einen Beta-Test, dann gibt es wieder zwei, drei Monate Pause und dann erfolgt ein Release. Es sei denn, es wurden irgendwelche ganz, ganz gravierenden Fehler gefunden und da musste das Ganze verschieben. Wird spannend, wir werden es sehen, aber ich, wie gesagt, ich rechne mit einem Beta-Test. Also wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, meldet euch an. Ich wurde auch öfter angeschrieben. Nein, wenn ihr da vorangemeldet seid zum Beta-Test, ist das keine Garantie, dass ihr dort auch den Zuschlag bekommt. Also dass ihr dann auch fix in der Beta seid. Das ist immer mit super viel Glück verbunden. Manche schaffen es komischerweise immer wieder, manche schaffen es leider nie. Das ist halt einfach so aufgeteilt. Und wer nicht genügend von Diablo 4 kriegen kann, ich habe euch unterhalb dem Blogpost verlinkt. Punkt 1 und Punkt 2, ich habe auch unterhalb unseren Podcast zu Diablo 4 in Kombination mit Tarit verlinkt. Das startet ungefähr bei Minute 33, 34. Davor gibt es ein bisschen so ein allgemeines Geblänkel, wer wir sind, woher wir kommen, was wir eigentlich tun. Und dann gibt es hier ein bisschen Diablo 4 Nerd Talk, auch bezüglich der Monetarisierungen, wo man sich ja jetzt durch Diablo Immortal berechtigt, sehr sehr viele Gedanken macht, ob das dann in Diablo 4 auch so wird. Also das Thema P2Win, kann man das dann überhaupt noch spielen und so. Also wer eine Stunde Zeit hat, ist unterhalb verlinkt, da wird das ein bisschen genauer beleuchtet, ungefähr ab der Hälfte, so bei Minuten 33 geht es los. Jetzt haben wir alles gemacht, jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Und dann bitte an. 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 Vielen Dank.